so zack und dann mache ich hier die treppen hin und dann baue ich hier zu dann haben wir das ja auch schon gleich gemacht sehr schön 1 2 machen wir das auch sehr gut so gut ja schwierige scheiße ja das passt doch immer noch nicht oder hier würden doch erst die kisten kommen oder nein zwei reihen frei und dann die kisten hin und die reihe oder die woher 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 sein sollte normalerweise nehmen kommen wir kochen dazu eine mauer sein ach kommt dann aber nicht oder was du machst ja keine komplette zu neuer oder das geht ja dann schlecht weil sonst kommen wir nicht mehr raus ich hab dir eigentlich schon um eins nach links versetzt sinnlos das ist normalerweise müsste es nur noch eins aber wir gucken erst mal erst mal bei uns erst mal bei uns hier ok warte ja ich will jetzt mal kurz ich weiß dass man man glitzt so behindert durch die mauer durch die kisten wenn man da zwischendrin reinläuft dann ist es verbehindert ja wir haben dann so einen massiven übertriebenen truhen raum oder soll ich den eingang hier reinkommen lassen hier hallo hier hier oder da also so hier ja kann man machen gut das heißt wenn du hier halt alles zu posten muss man mal eine kiste kann bis dahin wir erst mal noch da laufen egal und dann müssen wir hier lang laufen dann da machen wir das da machen wir so da machen wir das wichtigste hier in die Tonreihe das reicht die dicke die erste Schilder kann man ja dann hier an die sollen rein machen hier ja klar ja er muss sich drauf machen ich weiß was du meinst so das heißt noch mal alles abbauen ja passt schon muss halt sein so und noch mal das manchmal Projekte die wir uns hier vornehmen ja gut so haben wir da haben wir uns mal mal wieder was zu tun wenn man es ist nachdem ich meine hauswärtsgebot haben so fast am Ende ist nicht mehr gemacht ja ich schon muss das die ganze Zeit einfach nur umgepimmelt das geht es bis gern der ja keine scheiße wollen muss kann sagen nur kenne kleine Lugatzer wo bin ich gerade rausgekommen an der richtigen Position Alter was für ein Lackabin oder abziehen mit einer richtigen Position rausgekommen aber man ist ach scheiße ich muss mir gerade haben wir unten schon mehr haben wir noch nicht nach ähm ach doch da hast du ne Crafting Bag perfekte Alex du denkst dir mal alles nach mit das ist doch nicht so geil was denn mit Stein du denkst dir mal richtig schön mit ja scheiße ah da hast du Eisen ich hab nur noch zwei Eisen ach so der hat ja äh äh ja Eisen hab ich nichts mehr ja hab ich nichts mehr ja gut das stimmt für zwei Schaufeln hat es noch gereicht reicht auch eigentlich ich hab wieder fast zwei Stacks Steine das ist chillig also wir müssen dann eigentlich übertrieben viel Stein fahren gehen ja müssen wir auch immer noch die öffnen nicht in den Weg Mann was steht in den Weg die Öffnen ja bau sie doch ab ja dann haben wir aber gar keine mehr ja ich weiß oder so wollen wir aber aus wir sind ein Land das für ausdenken uh warte mal warte mal warte mal warte mal oh Pierre Kreativ was geht ab Junge wir könnten doch eine eine Reihe nur mit diese gleiche mit den Truhen halt nur mit nun 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 mit machen zum Beispiel Alter bei mir ruckst voll Alter das in der Mitte Pierre hast du mich noch? ja ich bin noch 20 ich bin noch Alter bei mir ist voll am Ruckelkart Alter was geht hier ab? aber kurz Alter nö und ich weiß warum es ist ja ich habe auch voll mit Power ich bin noch da aber ja genau fuck you was denn ach komm ja meine Maus ist fast in die Batterien der äh das ist das in die Medizin ja genau und das ist irgendwie jedes Mal in der fucking verfuckte Tricks Scheißaufnahmen schon das letzte Mal war es in der Minecraft Aufnahme wo die Scheißdinger leer sind oder halb der ersten die Wände in dem die Maus immer langsam halt es hat geändert eben ein der Aufnahme was und ich habe ich in die drei Packungen Batterien dafür das ist ja das ist ja das ist ja auch das ist ja das ist ja auch das ist ja das ist ja auch das ist ja auch das ist ja auch das ist ja auch so man kann was das passt Leute so wie für die paar Minuten nichts aber da hat er auch alle da wie sie abgehen kann man hat die Jungs gekoppelt verstanden in Kran kreativen Phasen wir hätten mit dem Mond Prozent so was noch immer was wir alles zu erstellen haben sie wollen immer noch er hat er und aus dem Holz der GF wir haben der Entschung über unsere Presse und die Leute gefahren und die Steckstattel ist Luxusprobleme wir haben direkt so ein Scheiß und Dringwald neben unserer Fressur wird holzunendlich quasi haben Nürnberg und also der Besitzung um Prozent wunderbar mit dem Schlaufer in der Sankt-Auswirkung aufgrund der Stein aus dem Öffnen vor nur Prozent die wo läuft soll man jetzt auch hier müssen weg richten wir wollten dann zwei komplette Truhen voll nur mit Pflasterstein das muss man dann zu stein machen und das dann zudem und stein zieht dass wir dann mit dem anderen Projekt anfangen können aber dafür hatten wir nichts wir verraten noch nichts bleibt dran abonniere ich hab's ich soll nicht um Abos so weit kommt's noch ne ne ich wollte nur wenn wir davon verraten ja ich weiß was ich kann sagen eine Projekt hier fertig mit den Thron und danach mache ich mich dann oder wir beziehungsweise wir ich bin der Bimbo und erster Regisseur neun so weiß ich bin der sich das überlegen darf jeder die eine geile Scheiße hinkriegt dafür schon noch kein richtiges Mann der er kommt also bitte ich habe ja wohl die Idee es gab du hast du hast du hast da gestern mal angesprochen ja genau ich weiß dass die D aber ich denke dass wir erst mal überlegen wie ich die um und sein das was meine Idee war das war wirklich meine Idee die sich die Umsätze also ein Teil davon wurde das Ernamen Sandprobe Tatschern nehmen dann klären ja genau aber er ist er will es so ähnlich machen halt als es ist er muss gucken er ist aber trotzdem wir haben genau die Dürmer weil wird das was ich vorhabe und vorhaben dieses Bauen dort ja auch Millionen Jahre das sind die Leute schon ganz fort gemacht ich hoffe es doch was machen die ich hoffe es doch oh jetzt noch mehr Stein ah ja du stehst auf Stein also ok fertig nice da schön ausgekleidet geil jetzt habe ich kein Holz mehr für Steaks wieder einmal ah geil und darauf habe ich noch so das gefällt mir immer noch nicht dass wir hier einfach so offen haben was ja in unserem Wohnzimmer diese Panoramating haben wir einfach so offen immer noch ein und glaube ich ändern da noch mal so muss man das ja ja da kommt doch eh keine Sau rein oder der Zaunraum rum ist ja ich weiß aber trotzdem ist es egal ich werde immer was irgendwann mal was überlegen für wollte ich mal einfach eine billige Tür hin kann auch sein genau so ja habe ich ja mein Teil gemacht ich glaube ich mach mal wie sie was soll mir denn da eigentlich noch davon ja es geht klar ja es geht klar ich glaube es ist Prozent hast du jetzt noch Sachen in die Asische fehlt immer noch was oder was an drohen ja mein ich ja ne Menge dann denke ich auch mal fahren tschüss und schlags 1 2 das ist falsch das ist dunkel das mal fängen gehen vor oh ja ich kann auch kommen Moment hier wir brauchen Schilder über unsere Dings das wissen wir die Zimmer nicht vergessen ich vergesse es nicht immer ja die sehen ja auch zu ähnlich aus oder wir haben 2 2 3 uhr das ist die Möglichkeit mir ist es scheißegal wir fahren noch ein bisschen also 20 nach und dann gehe ich okay alles vorbei 20 nach also 15 Minuten noch eine Folge Leute genau um 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 ein bisschen überfolge aber egal wenn wir mit dem Haus abbauen würden aber damit können Traumlos sein was abbauen ist doch viel zu ach so wir brauchen Holz das stimmt haha komm das mal abbauen haha das kann auch wir kommen gleich ganz 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 Bäume abbauen das ist gleiche Arbeit stimmt wir können einfach ja ne dann ist es heute aber weg oder wenn wir einfach anzünden haha das macht einfach zu meinen dann haben wir es heute aber weg oder naja dann ist es ganz der Holz weg wir haben wir haben wir haben wir haben noch mal was ist mir auf die Eier geht das hier verpässt dich du scheiß gelettet es gibt auf die Eier das ist nicht verbrennt nur weil es im wasserum schild alter Kjärn ich brauche die Bäume nur halb ab weil Kevin mein Romo da du ja alles weggefasst der Wohensohn ach so gut schon ein bisschen was wir haben es richtig Kevin nur gehörst du es ab was ich brauche die ganze Umwelt sieht dann scheiße aus weil über so halbe Bäume der Luft hängen aber egal ich bin ja das naja ich fang jetzt mal an mit den Arbeiter abzubauen na weil Kevin da oben dann wo es zu verzweigt wird zu faul war die abzubauen weil es zu viel Stress dann ist so erstmal den ganzen Bullshit hier abhaben muss schon ein bisschen höher ich schiebe das auf dem Boden bei mir auf dem Boden ich bin mit dir Mama so bitte nicht ins Gesicht ja ja 4 denn Mama drückt dir auch immer egal deine Mom drückt ihre tippen in dein Gesicht ich hab grad was anderes gemeint aber egal ich bin der Pier ich bin ein Nubi 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 so komm jetzt mal hin oh ja wie lang gehst du denn noch nach oben man because I'm a nigga das ist das hat sein Niveau flotten gegangen äh ja NEIN oh Glück gehabt man was passiert hat nur so fünf herzen gekostet ja einmal runtergefallen von oben von Baum hm das ist dann die Hülle Hülle L 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